Hallo Leute, mein Name ist Ralf und im heutigen Video möchte ich euch gerne zeigen, wie man GPIO-Pins zum Bordstart aktiviert oder deaktiviert, das heißt High oder Low setzt. Und das Ganze halt über eine Grundkonfiguration von Clipper macht, das heißt also, diese Pins bleiben auch High oder Low, wenn eine Verbindung zum Pi unterbrochen wird. Im Endeffekt, ja, ich sag mal ganz blöd, man zieht den USB-Stecker ab, der Drucker geht in eine Notaus, also in einen Shutdown durch irgendetwas, was passiert. Aber, ich sag mal, Pin XY soll halt aktiv bleiben, weil er zum Beispiel den Pi kühlt oder das Board kühlt oder irgendwas anderes halt macht. Eine Wasserkühlung am Hotend, die ja weiterlaufen sollte, die aber über einen Extra-Pin ja meistens gesteuert wird und nicht über den Lüfter-Pin. Und auch diverse andere Sachen, die man damit halt ein- und ausschalten kann, Lichter, Kühllüfter im Innenbereich und, 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 und. Ja, und dann würde ich sagen, gehen wir gleich mal auf den Bildschirm und schauen uns das Ganze mal an. Davor aber noch etwas am Rande. Eigentlich sollte ja diese Woche das Video kommen, was ich versprochen habe, letzte Woche vom Extruder. Dazu bin ich noch nicht gekommen, weil wir bekommen gleich Besuch und ich habe die ganze Woche sehr viel zu tun gehabt, das zu schneiden. Deswegen gibt es heute dieses kleine Einschub-Video, was eigentlich die Woche drauf kommen sollte. Aber es ist nicht vergessen, es kommt auf jeden Fall noch und, ja, die Weihnachtszeit kommt ja auch noch. Dann gibt es ja sowieso ein paar mehr Videos über Weihnachten und Richtung Silvester. So, auf dem Bildschirm angekommen, befinden wir uns jetzt schon in dem Drucker drin. Über PowerShell in dem Falle, nicht über Putty. Ich kann leider nicht reinzoomen ins Bild, weil ansonsten verschwindet die zweite Maske, die angezeigt wird, um diese Pins einzugeben. Ich mache das Ganze jetzt hier über Kia U, wie eigentlich immer, weil es ist am schnellsten und am einfachsten zu machen. Und gehe dort dann in Advanced und mache für mich jetzt hier nur ein Bild-Only, weil ich möchte den Drucker damit ja nicht flashen. Aus dem ganz einfachen Grunde, ich brauche es jetzt hier gerade an diesem Drucker nicht. Ich habe es jetzt bei zwei anderen Druckern schon so laufen, weil ich dort gewisse Sachen halt immer anhaben möchte. Und das funktioniert eigentlich auch tadellos. Also es gibt auch überhaupt keine Probleme. So, dann gehen wir jetzt mal in dieses Bild-Only rein. Hier habt ihr jetzt dann ganz normal euer Board, in dem Falle jetzt ein AdMega328P. Das ist aber vom letzten Probeflächen, weil ich etwas mit einem Uno probiert habe. Aber ist egal, wir können das auch hier zeigen. Da geht ihr auf jeden Fall auf diese Enable Extra Low Level Configuration Options. Die aktiviert ihr. Und dort ist unten der letzte Reihe der GPIO-Pins to set at Microcontroller Startup. Da geht ihr rein. Ich gucke jetzt mal, ob ich das ein klein bisschen größer bekomme, ohne dass die Maske verschwindet. So, und in dieser Maske, die ja jetzt nicht zu sehen ist, weil sie nach unten rechts verschwunden ist. Das ist schlecht. Ich tue sie wieder ein bisschen hochziehen. Und in dieser Maske auf jeden Fall könnt ihr jetzt einen Pin eingeben. Das Ganze funktioniert nach dem ganz normalen Clipper-Standard-Prinzip. Das heißt also, Pin mit Ausrufezeichen ist Low, Pin ohne Ausrufezeichen ist High. Sagt ihr jetzt zum Beispiel, ich weiß jetzt gerade keinen Pin auswendig von dem Uno, ist ja auch egal, er hängt ja auch nicht dran. Sagt ihr jetzt zum Beispiel Ausrufezeichen P0.0. Dann würde halt eben 0.0, dann würde dieser Pin zum Startup des Boards Low sein und auch Low bleiben, bis er angesprochen würde über die Clipper-Firmware oder eben über die Moonraker-API oder sonstige Sachen, die jetzt mittlerweile halt alle, ja sag ich jetzt mal aktiv sind, um auf diese Pins zugreifen zu können. Und bis dieser Zugriff halt passiert, bleibt der Pin in dem State, wo er hier rüber vergeben wurde. Also das heißt, wenn ich jetzt beispielsweise ein Relais dran habe, das bleibt aus, bis Clipper sagt, ja schalt es jetzt bitte ein. Es kann passieren, dass es kurz eingeschaltet wird, wenn das Board startet, geht aber danach direkt wieder in den Low-State und bleibt auch dort. Weil der Bootloader überspielt manche Sachen kurzfristig. Aber das ist bei den meisten Sachen ja auch kein Problem. Ja, solltet ihr hier jetzt auf jeden Fall noch einen zweiten Pin vergeben wollen, dann läuft das Ganze hier als String ab. Das bedeutet, es wird alles in einer Reihe mit Kommas getrennt geschrieben. Ich schreibe jetzt einfach mal P1.4 noch dabei und P2.3 oder 2.4. Und so weiter und so fort. Nur damit ihr den Sinn versteht. So, und das Ganze würdet ihr jetzt bestätigen. Dann würden hier oben die Pins auftauchen. Links in der Ecke, die kann ich euch allerdings jetzt wieder mit reinzoomen zeigen. Die stehen dann in dieser Liste hier mit drin. Und in dem Moment, wo ihr jetzt den Controller flashen tut, werden diese Pins mit den entsprechenden Vorgaben, also das heißt mit oder ohne Ausrufezeichen, High und Low, mit auf das Board gebracht. Und werden dann beim nächsten Startup des Boardes so behandelt, wie ihr sie dort hinterlegt habt. Das Ganze ist halt in meinen Augen sehr sinnvoll, weil ich für mich nutze es halt jetzt zum Beispiel für einen Kühllüfter, bei dem anderen für eine Beleuchtung. Und ihr seid da wie gesagt völlig frei. Und das funktioniert auch bei allen MCUs. Also das funktioniert nicht nur bei der Haupt-MCU. Das geht auch bei den Neben-MCUs. Das Einzige, wo ich es nicht probiert habe, ich weiß auch gar nicht, ob die Option dort aktiv ist, ist bei der Software-MCU, die im Raspberry Pi abgespeichert wird. Ja, ansonsten schaut euch gerne nochmal das Video an vom Flashen der Secondary-MCU mit dem Arduino Nano oder auch das Update-Video, was ganz wichtig ist für die Leute, die noch den Nano erwischen über ausländische Plattformen, die den alten Bootloader drauf haben und deswegen das Ganze nicht geflasht werden kann, weil es Synchronisierungsprobleme gibt oder er gar nicht angesprochen werden kann. Diese Videos werde ich in der Infokarte oben rechts verlinken auf jeden Fall und dann könnt ihr euch das ja nochmal anschauen. In diesem Sinne würde ich sagen, habt noch ein schönes Restwochenende, eine schöne Woche und bis zum nächsten Video.